Ach so, ah, das mache ich da raus. Und Zuckerrohr aus Naturessenz. Okay, oder Zuckerrohr oder Bambus, wie auch immer. Ähm, probieren wir das einfach mal aus. Ich will mal... Habe ich eigentlich noch die Schmiede hier? Schmiede, ja genau, gehen wir doch mal zur Schmiede. Es ist dunkel, ja, das macht nichts. Ah, da bin ich jetzt draußen, okay. Weil die Schmiede direkt neben dem Bambusfeld ist. Und das sieht so aus, als wäre da schon wieder einiges gewachsen. Ja, noch nicht so viel, aber immerhin etwas. Da könnten wir was abernten. Ich will jetzt einfach mal in die Schmiede reingehen und mich hinlegen. So, bis morgen. Und dann will ich, ähm... Ja, wir könnten das Bambusfeld auf jeden Fall abernten. Äh, da spricht ja nichts dagegen. Denn Papier brauche ich ja auch. Oder vielmehr eben Bambus. Achso. Ja. Ja, so. Und jetzt wieder zumachen. Nee, Hund, du bleibst draußen. Und ich will danach noch ein bisschen hinbeziehen. Haben wir da alles weg? Da habe ich eine Fackel kaputt gemacht. Warum das denn? Stand die da oben drauf? Ja, doch. Okay, ich setze mal wieder eine hin. Da in der Ecke. Ja. Warum denn da nicht in der Mitte irgendwie? Weiß ich nicht. Naja, ist auch egal. So, Tor wieder zu. Und weiter. Okay, das ist alles weg. Ich sammle mal das hier ein. Ja, da können wir wieder ordentlich Papier machen. Und Bücher. Und Bücherregale. Und dann können wir das da hinten vollstellen. In den Ecken da. Sehr gut. Was fertig kriegen ist einfach was Feines. Nicht so viele offene Sachen haben. Deswegen will ich auch... Weil ich erstmal eben was... Deswegen will ich auch die nächste Sache, die ich da vorhin schon angekündigt habe. Also vorhin nicht. Das heißt... Äh... Letzte Folge. Vorletzte Folge. Ja, ich dachte, wie ich jetzt gestimmt habe. Was ich da angesprochen habe, dass ich neu einführen will. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Ähm... Das weiß ich nicht mehr. Äh... Nee, nee. Völlig weg. Jetzt habe ich wieder eine Fackel weggemacht. Aber ich glaube, ich habe sie eingesammelt. Ja, egal. So. Warte. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich hier schon mit die Fackeln umgehauen habe. So. Jetzt aber alles einsammeln. Apropos einsammeln. Da war ja noch was. Hm. Naja. Kommen wir später dazu. Da in der Ecke ist noch was. Und dann hier. So. Da vorne noch einer. Jetzt haben wir wieder jede Menge Bambus. Um daraus Papier zu machen. So. Ich könnte eigentlich... Naja, gut. Ich laufe eben hin. Ach nee. Moment. Ich wollte hier noch... Richtig. Genau. Ich wollte noch zum Agrarplatz unschauen. Äh. Aus den Naturessenzen. Da müssten wir doch auch was haben. Hier da. Oh ja. Jede Menge. Oh, da ist alles voll. Gut. Machen wir erst mal Papier. Ach, das Invertal ist voll. Ach. Hm. Tja. Tja. Achso. Äh. Ja. Ich kann es einfach so machen. Äh. Das, 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 das. Hier alles mal... Zack, 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 zack. Weg hier. So. Jetzt machen wir mal... Papier. Jede Menge Papier. Ja, doch. Ich habe noch mehr. Ich kann noch mehr Papier machen. Und noch mehr. So. Das war's. Ne, habe ich jetzt auch Bambus gemacht? Ja, doch. Genau. Ich erinnere mich. Vorhin hatte ich Bambus gemacht. Aus den Naturessenzen. So. Noch was. Ah, da fehlt was. Okay. Mehr geht nicht. Gut. Dann belassen wir es dabei. Jetzt habe ich aber auch so jede Menge Papier. Okay. Wo soll denn das hin eigentlich? Zucker? Achso. Ja, das soll ja drüben im Lager hin. Ja, richtig. Genau. Ich bin wieder im Bilde. So. Dahin. Zack. Und dann machen wir noch... Aus dem... Oh, Moment. Ah, das Leder. Richtig. Ja, genau. Mensch. Sagt aber auch niemand was. Hier drin. Ja, doch. Da ist Leder. Geht da nicht? Da noch ein bisschen was. Ja, es war nicht allzu viel. Da noch was. Den Rest, ja, kann ich auch gleich ausräumen. Oder ich mache es ein andermal. So, jetzt will ich aber... Nee, ich will... Nee, Buch. Ach. So. Da geht aber auch einiges an Büchern weg hier. Ja, gut. Ich meine, für ein Regal drei Bücher, ne? Oh, jetzt haben wir kein Leder mehr. Ja, gut. Dann belassen wir es mal hierbei. Ich glaube, ich habe hier auch ziemlich viele. Schmeißen wir mal die restlichen... Nee, das restliche Papier da rein. Bücher behalten wir mal. Das eine, das kann doch eigentlich auch weg. Äh, äh... Ist 64 ein Vielfaches von drei? Nein, ist es nicht. Also brauchen wir das eine einzige Buch. Vielleicht doch noch. So, das mache ich jetzt aber über das hier. Bücherregal. Ach, guck mal. Bleibt ja jede Menge übrig von dem Holz. So, das rein. Holz wieder zurück. Naja, das dürfte jetzt auf jeden Fall genug an Bücherregalen sein. Ähm... Habe ich was vergessen? Bestimmt, aber ist egal. So, zurück zur Kammer. Dann können wir da die restlichen Bücherregale hinmachen. Ach, da oben, das Zeug ist ja auch noch da. Ja, das... Da wären noch Bücher gewesen. Naja, ist egal. So. Ich schmeiß mal die Bücher... ...da rein. Das, das, das auch. Ebenso dieses. Den Rest lasse ich nochmal hier. Bücherregale setze ich da hin. So. So, genau. Dann machen wir hier alles mit Büchern voll. Äh, mit Bücherregalen meine ich natürlich. Und hier... So. Ach nee, da machen wir so einen Tisch hin. Hier sowas da. Und, äh... Das habe ich ja hier. Da. Da muss ich natürlich jetzt noch dies hier austauschen und jenes hier. Und da war doch auch noch was. Genau, das hier. Und ansonsten ist das alles gut. Und das hier. So, ja, sehr schön. Die Decke noch. Ja, ja, das kommt noch. Obwohl ich das eigentlich jetzt... Ja, jetzt auch schon machen könnte. Ja, nee, das mit der Decke lasse ich nochmal. Ich will ja vielleicht auch noch hier. Hier, also hier hinten haben wir jetzt alles Mögliche gemacht. Ja, doch, das sieht cool aus. Ähm... Hm. Ich könnte auch... Ja, Moment mal. Hier. Genau, da sollte ja noch so ein kleiner Lagerraum sein. Ich könnte aber tatsächlich mal hier drin... ...tatsächlich schon mal die Decke machen. Damit diese Nebenräume da so alle weg sind. Eigentlich viel zu umständlich, das mit der Spitzhacke zu machen. Ich habe doch die andere. Die, mit der alles schneller geht, die rote. So. Ach da, einsammeln. Habe ich denn jetzt, ähm... ...hier so Kisten da? Nö, natürlich nicht. Ach, dann muss ich... Habe ich Holz da? Ja, ich habe Holz. Ja, doch, Holz habe ich da. Komm, dann baue ich mir einfach mal Kisten. Naja, gut. So viele sind es jetzt auch, nicht? So, hier passen zum Beispiel schon mal Kisten hin. Da könnte man... Ja, nee, das lassen wir so. Regale bauen. Moment, ich brauche eine Werkbank. Ich wollte jetzt auch noch was anderes machen. Jetzt ist das... Jetzt rennt mir die Zeit wieder davon. Naja, aber wir sind ja auch hier gerade ganz gut beschäftigt. Hier, das hier, so. Ist leider nicht so viel, aber macht nichts. So, dann dachte ich hier, sowas hier. Da hinten kann noch mal so eine Kiste... Nee, nicht auch mal. So. Und da eine drauf. Ja, sehr gut. Dann kann man hier mal so ein Regal machen. Jetzt habe ich sowieso keinen Platz mehr. Okay, ich sehe schon. Ich muss zurück ins Lager und Kisten und Holz holen. Das hier. Ich nehme auch davon mal was mit. Und, äh, Kisten. Ja, Kisten. Kann man nie genug haben. Äh, da. Kann man. Moment mal. Ach, da. Genau. Da habe ich die Kisten. Sehr gut. So. Stellen wir da noch was drauf. Da unten kommt eine hin. Eigentlich hätte ich gerne eine auf dieser Höhe. Ja, komm. Dann machen wir da eine hin. Da war die Fackel dran. Äh, das hier wieder weg. Ja, genau so. Ja, um das Licht muss ich mich dann noch gesondert kümmern. Und dann stellen wir einfach mal eine hier... Hier vorne... Hier so einen Stapel hin. Ja, ja. Okay. Reicht so. Wie sieht es jetzt mit dem Durchgang hier aus? Fällt mir gerade ein. Hier das... Ja, doch. Das ist okay. Ja, Licht soll von der Decke kommen. Machen wir alles mit, äh, Glühstein dran. Das hier passt auch soweit. Soll ich da eine Fackel hinsetzen? Ja, kann ich auf jeden Fall erstmal machen. Wegbauen kann ich sie immer noch. So, dann haben wir hier... Ah, das Regal hier in der Mitte. Das sieht schon ganz gut aus. Will ich das auch hier... Oh, doch, so quer hier da. Oh, ja, das, glaube ich, ist cool. Aber dann hier dahin, dahin. Wo sollte ich das denn am besten hinbauen? Nee, doch, das kann ich ruhig dahin machen. Äh, oh. Und zwar, ja, doch, genau hier hin. Auch so begrenzt wie das andere. Jetzt muss ich nur schauen. Da. Nee, ich will das mal mit Erde vorbauen. Wo haben wir Erde? Stimmt, da ist Erde. So ungefähr. Kann man sogar noch eins weiter nach vorne. Und dann da die Säule hin. Aber das versperrt jetzt hier direkt den Eingang. Dann würde ich sagen, machen wir das hier noch weg. Ja, doch. Das lassen wir so. Und dann kommen hier, kommen jetzt diese Begrenzungen hin. Oh, jetzt habe ich keine mehr. Na gut. Dann muss ich welche bauen. Ah, das war aber jetzt das mit dem Meißel, ne? So. Meißel dahin. Ja, ich lasse mal bei 18 hier. Ich kann ja immer wieder welche nachmachen. Dafür habe ich ja den Meißel auch da. Nur wieder sollte ein. So, einen drauf. Der ist schon da. Dann kommt das hier wieder weg hier. Und dafür kommen Bücherregale hin. Ja, habe ich ja noch genug da. Und dann lasse ich mal frei. So, so, so und so. Ach, hm. Hm, hier so ein Loch zum Durchgucken. Das kommt natürlich weg hier da, die Werkbank. Ich könnte sie sogar gleich mal versetzen. Denn ich bin hier drin ja sowieso. Ach so, stimmt. Ja, sowieso fertig. Die Kiste. Die Kiste kann ich auch. Ich kann ja die Sachen alle da reinschmeißen. Hier da zum Beispiel. Die Werkbank selbst auch. Ja, komm, ich schmeiß mal alles aus der D-Axt hier. Die lasse ich hier. Ich mache jetzt mal den kompletten Umzug hier. So. So, alles eingesammelt. Oh, ist aber voll hier. Ja, gut. Türen habe ich auch noch zu setzen. Ja, gut. So, das ist erstmal rein da. Und dann schauen wir uns mal um, was wir denn... Oh, Mann. Ordnung muss sein. So. Auch wenn es kaum auffällt. So. Ja, da noch was. Das sieht gut aus. Also, ich würde sagen, wir sind hier in dem Raum fertig. Also, außer der Decke natürlich. Und Licht. Ah ja, hier war ja auch noch was. Genau, richtig. Da noch. Da. Die Decke da drin, in dem Raum. Die ist schon fertig. Äh, Licht muss natürlich noch hin. Ja, das ist klar. Und da wollte ich auch einfach nur... Das lasse ich auch alles so. Auch mit der Fackel und so. Bleibt alles so, wie es ist. Da kommen nur ein paar Kisten hin. Ähm, Kisten haben wir da. Und, was auch ganz cool wäre... Diese Gerüste. Diese Holzgerüste. Moment, ich habe welche mit. Damit kann ich es mal ausprobieren. Muss ich dann eben wieder auffüllen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.